Norddeutscher Rundfunk 2021 Was war das? Oh, das unheimliche Geräusch. Von dem hab ich erzählt. Kleiner Stern mag es nicht. Ich frage mich, was das ist? Vielleicht sind das die Wolken. Wolken machen manchmal solche Geräusche. Kommt, wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Sonst kann keiner von uns schlafen. Ui. Hier entlang. Kommt mit. Das Geräusch kommt von da oben. Es kommt von einer Wolke. Schnell hin. Sie wackelt ja. Was kann das nur sein? Oh. Also erst für diese Geräusche verantwortlich. Was? Wer denn? Na, Herr Sonne. Herr Sonne? Das ist Herr Sonne. Nur Herr Sonne. Herr Sonne macht Geräusch. So laut. Ein lautes Schnarch-Geräusch. Bei diesem Krach können wir niemals schlafen. Was machen wir denn da? Hm. Vielleicht schnarcht Herr Sonne, weil er auf dem Rücken schläft. Genau wie du, Baba Blau. Aber wenn du dich auf die Seite drehst, hörst du auf. Oh. Ich verstehe. Wir müssen Herrn Sonne auf die Seite drehen. Sehr gute Idee, Baba Pink. Komm schon. Legen wir los. Bereit, Wolkenkinder? Mhm. Ja. Eins, zwei, drei. Und drehen. Ja, geschafft. Oh, ihr Wolkenkinder seid sooo doll schlau. Danke, kleiner Stern. Gehst du jetzt wieder zum Himmel und funkelst? Oh ja. Kleiner Stern will ganze lange Nacht hell funken. Das ist Bio, oder? Ja.